das ist nur ein steinharder gegangen boi die ständchen könnte ich auch brauchen kann man jetzt selber herstellen übrigens kann man jetzt herstellen ja wenn du also diese das rote zeug was normal ist aber weiter sondern einbrennst also in der stelle kann man jetzt anspringen einfach nur dort ja also na wo sind die die wohnen wohl mich wo ich mir echt würde machen wie wir wieder zurückkommen das sind nicht wirklich schwer ok eigentlich hätten wir unseren waitpointer setzen können es wird zwar der Anita nicht angezeigt aber man kann ja trotzdem diese wait points machen gast nee hier geht's auch nicht weiter so we move so we move bestenfalls machen wir das quasi so stellen uns hier sowas hin und machen dann eine fackel ran dann wissen wir dass wir da schon waren das ist gestellte da und sind auch ein liebender die brauchen wir auch noch die fähig er ist wichtig es wird kommen dann kann ich mich aufsammeln zum Klon die Logen gefunden. Ich glaube, ich weiß... Hm? Ah, da sind die Logen. Ich hab sie gefunden. Die meinte ich ja. Ich hab von außen gesehen. Scheiße. Eines Tod, ein Lohnstab. Zwei Stöcker, wir schon mal. Da ist noch eins. Was könnte ich wegschmeißen? Warte mal, wir können auch... Faden. Nee, das geht nicht, leider. Faden brauchen wir nicht hier. Hallo. Ach so, da ist vorne. Scheiße. Hau am besten runter. Tu rechtsgeleg, dann verbringst du dich. Ah, trotzdem nicht runter. Pass auf, hinter dir. Oh, ich hab ein Problem. Ich hab nichts zum Essen. Ah, komm her. Ich hab nichts zum Essen. Wut du fuuuck. Scheiße. So, beide tot Okay, boah, wo ist Ah, danke Weil das wird jetzt langsam echt knapp in meinem Leben So, dann können wir uns gleich eine Vorrichtung drum bauen Ja, ich weiß, ihr könnt Feuer spuckeln Das müsste mir nicht jemand scannen Leider können die fliegen Das ist ein bisschen Äh, wieso spawnen die immer noch? Äh, hallo Wir sind in der Mäder, in der Helle Hier ist überall Licht So, mal daran gedacht Das ist doch alle, geht nicht Voll mit dem typischen Versperrung Gedehens War aber auch irgendwie klar Kannst vielleicht so heller machen, aber Hey, tut's nett Ne, ich würde hier eigentlich nur mal immer so rumziehen, damit sie nicht ausbrechen können Und wir, äh, schön bequem hier sitzen können und fahren Dann fliegen die nicht hoch, verstehst? Boah, so weh So So Achso, von da Da oben Achso, da oben Ja, wie viel hast du von diesen... Kein Weil ich kein Platz hatte und nicht nur irgendwas draus als musste So What the fuck, ein Gas Boah, da Scheiße, jetzt hab ich die vergessen Scheiße, jetzt hab ich die vergessen Scheiße, jetzt hab ich die vergessen Ich glaube, wir sollten uns erstmal hier verpissen Ja, gute Idee, lalalala, äh, wie kommen wir zurück? Neun steckt, wir können uns schon brauchst haben und das alles bauen Was ist denn? Worte Wo geht's hier denn aus? Nehmen wir ja einfach mal mit Und wir erst mal versorgt So, what the fuck Ich bin langgegangen Ich bin oben über das Dach aufgesprungen Ja, hier ist unser Markierung Das ist einfach den Fackern von dem Kommen wir bestimmt zurück Hoffentlich Oh, da auch nett, oder? Nein Da Oh, da Wo? Achso, da, ja Da Da So Ich würde einen Tipp geben, renne Oh, da sind zwei Na Willst du mir Schaden nehmen? So, verdammt, egal Warum sind da drei Einer ist tot Oh, da hat man Explosivs Zeugs Ich will nicht Gasträger haben Ich will meine Drachen Gasträger Da hat ein Dächtnis zu Na ja, dann Halt mal Ich bin langgegangen Wir müssen da hoch Also ist das eindeutig hoch Ähm Ah, da Ja Ich Ey, man kann ja auch zurückschleiden War gestern, ne Nein Jetzt Explosieren die Teile auch noch Scheiße Bei einem Bogen ist auch noch kaputt Wo bist du? Ich bin runter Ein bisschen Material sammeln, damit ich mich hochbauen kann Ja Oh, ist sehr gut Ich weiß wie WTF Wie Wir müssen uns Wir müssen uns da hoch bauten Wir müssen uns da hoch bauten Bitte es geht, bitte es geht und es geht Au, Au, know Au, au, want Auch wenn Siege wie auf Haubenloss ist K Century Ich sehe deine Sachen gar nicht Weil ich sie wieder habe Ok. Alper. Your move. Ähm, ich muss da hoch. Was kann ich opfern? Erde. So, warte. Ah, er ist nur zurück, ich komm sofort wieder. Ich soll immer leben. So. Diese, boah. So, bin wieder beim Portal. Okay du auch. Ich sag mal hier so ganz gechillt, du haust so ab. Ich will so lange hier bleiben bis meine Axt kaputt geht. Axt, genau. Ich geh jetzt mal wieder. Ist es Tag oder Hella? Tag. Ich will mir eben einen. Ja, dafür muss ich eben googeln glaube ich. Weil es gerade nicht für den Baustank geht.